Hallo Sina, lass uns doch heute mal über das Thema Studium sprechen. Denn viele meiner Mitschüler wollen nach dem Abschluss auf jeden Fall studieren gehen. Was gibt es denn da eigentlich so für Möglichkeiten? Du kannst ganz normal an der Hochschule studieren und dich da bewerben. Dann gibt es noch die Fachhochschule, da gibt es einen höheren Praxisanteil, also sehr praxisnah. Du kannst dual studieren und es gibt das triale Studium. Für manche Studiengänge brauche ich ja auch mein Abitur. Welche wären das? Da gibt es eine Menge, wo du dein Abitur für brauchst. Da würde ich an deiner Stelle einfach mal gucken, was dich wirklich interessiert. Und dann schaust du bei uns auf der Homepage, da werden die Studiengänge beschrieben und dann siehst du, ob du dafür dein Abi brauchst. Ich habe letztens herausgefunden, dass man auch trial studieren kann. Was kann ich mir darunter vorstellen? Das triale Studium ist ja ganz spannend eigentlich. Also man kann es nur im Handwerk machen und du machst innerhalb kürzester Zeit, das sind so viereinhalb Jahre, machst du drei Abschlüsse. Also du machst ganz normal deine Gesellenprüfung, dann machst du deine Meisterprüfung und sogar dein Bachelor. Und bei einem dualen Studium wären es dann nur zwei? Beim dualen Studium ist das ganz anders. Da studierst du, bist aber parallel beim Arbeitgeber angestellt. Das heißt, du bekommst auch eine Vergütung, bist sozialversichert und der Arbeitgeber kooperiert dann mit einer Hochschule, wo du deinen theoretischen Teil dann absolvierst. Ja, an vielen Unis sind ja auch jetzt gerade die Bewerbungsfristen. Bewerbe ich mich denn auf so einen Studiengang genauso wie auf eine Ausbildung? Das ist ein klein bisschen anders. Also du gibst da nicht so eine Bewerbung ab, wie für eine betriebliche Ausbildung. Meist bekommst du so einen Bewerbungsbogen, den musst du ausfüllen, oft einen Lebenslauf dabei legen und dann kommt es darauf an, für welchen Studiengang du dich bewirbst. Wenn das eher so was Kreatives ist, dann kann es sein, dass du auch eine Arbeitsprobe mit abgeben musst. Dann gibt es ja jetzt auch Ausbildungen. Gibt es da auch verschiedene Ausbildungsarten? Ja, es gibt einmal die duale Ausbildung. Das ist die betriebliche Ausbildung, die man eigentlich so ganz üblicherweise kennt. Das heißt, man macht seinen Praxisanteil im Betrieb und hat dann einmal die Woche Berufsschule. Manche Ausbildungen sagen aber auch, bei uns gibt es Blockunterricht. Dann bist du so, ja, ich sag mal sechs Wochen in der Berufsschule und dann wieder im Betrieb. Eine ganz andere Ausbildung ist dann die schulische Ausbildung, wo du tatsächlich nur in der Schule bist und kleine Praxisanteile im Rahmen vom Betriebspraktikum dann auch beim Arbeitgeber absolvierst. Es gibt ja enorm viele Möglichkeiten, wie wir gerade schon merken. Wie war das denn damals so bei dir? Also wie ist dein Weg von der Schule bis hin zu dem Beruf, den du jetzt hast? Also ich wusste tatsächlich während meines Abis noch gar nicht, was ich machen möchte. Ich wusste, was mir gefällt. Also ich hatte eine Leidenschaft für Sprachen und auch Wirtschaft fand ich super spannend. Und da habe ich mir dann gesagt, Mensch, dann studiere ich BWL. Da werde ich auch weiter noch ein Stück weit flexibel sein. Man kann viel machen mit dem Studium. Und dann habe ich aber im Studium schon relativ schnell gemerkt, dass mir Marketing und Personalwirtschaft total viel Spaß macht. Und ich habe mich dann erst mal auf Marketing konzentriert, habe auch in dem Bereich meine Diplomarbeit geschrieben, damals bei einem Radiosender hier in der Region. Und es war also super spannend. Ich habe aber nach meinem Studium gemerkt, dass ich ohne Berufserfahrung eigentlich überhaupt keine Chance habe, in dem Bereich unterzukommen. Ich habe mich deutschlandweit beworben und hatte gar keine Möglichkeit. Und dann war ja so, dass Personalwirtschaft auch so eine Leidenschaft von mir war. Und deshalb habe ich mich dann auf den Bereich konzentriert und habe dann zwei Jahre in der freien Wirtschaft gearbeitet, bevor ich dann zur Bundesagentur für Arbeit gewechselt bin. Das ist ja auch ein langer Weg. Bist du denn da, wo du jetzt bist, glücklich? Ja, absolut. Ich konnte mich schon sehr viel entwickeln in dem Bereich. Der Arbeitgeber ist auch sehr sozial eingestellt. Das heißt, auch wenn man gerade als Frau dann Kinder hat, das passt alles. Also es ist wirklich super. Und man kann sich auch fachlich wirklich sehr gut weiterentwickeln. Man kann viele Bereiche ausprobieren, ob es jetzt im Reha-Bereich ist oder mit Jugendlichen oder die allgemeine Vermittlung. Man kann wirklich viel, viel Berufserfahrung sammeln. Was würdest du also jemandem raten, der gerade vor der Frage steht, wohin es nach der Schule weitergeht? Also schwierig auf jeden Fall. Man sollte, wenn man so gar nicht weiß, ein bisschen Tipps einholen. Auch gerne von der Berufsberatung, von den Eltern der Freundin und so ein bisschen schauen, was kommt, das kommt. Also du wirst auch deinen Weg gehen. Das hast du schön gesagt. Ich glaube daran, dass jeder seinen Weg findet und bis dahin geht er eben den, der ihm am besten gefällt. Und man soll ruhig mutig sein und findet ja auch überall Hilfe. Also vielen Dank für deine Antworten. Sehr gerne.